Wir dürfen nicht zusammen sein, weil er mein Lehrer ist. Also, ich treff mich jetzt mit ihm und du kommst mit mir. Es gibt Orte, die man gar nicht beachtet. Was ist das? Wir beschäftigen uns unter anderem damit, die Massen wieder zu erziehen. Die Staatsgewalt ist ganz und gar nicht begeistert, dass Beacon77.com eine Zuflucht ist für die schmerzhaft kranken Ideen, die gerade denen fremd sind, die es besser wissen müssten. Was ist los? Wer ist sie? Die Abläufe hier bei uns sind komplizierend. Was seid ihr bloß für kranke Typen? Wir hacken uns ins Privatarchiv des Vatikans und laden uns die älteste Version der Tora runter. Dieses Programm stellt den ganzen Text dar als ein gigantisches Wort. Wir formen es zu einer Matrix, wie in einem Kreuzworträtsel. Und da sind Wörter, signifikante Wörter, die sich kreuzen, versteckt im Text. Okay, wir werden gejagt. Da spielt irgendeiner mit. Irgendjemand ist hier drin. Ach was, der Vatikan schickt Geister und denkt, das schreckt uns ab. Halt die Schnauze! Was zur Hölle? Öffne die Tür! Ich habe genug von Psychos und Freaks und Geistern und wären Codes! All die Informationen verleihen die Fähigkeit, die Zukunft vorherzusagen. Er ist durchgeknallt, Kendra. Er begreift nicht, dass das Ganze nur ein krankes Spiel ist. Niemand ist vor ihm sicher. Wieso hältst du dich? Madame X wollte was dazu sagen. Es gibt kein Code, keine verfickte Bestimmung! Das ganze Universum in einem Raum! Es sind die simplen kleinen Dinge im Leben, auf die du achten musst. Die musst du sehen, sonst verpasst du das ganze Leben überhaupt! Ein ganz normaler Ort. Nicht anders als sonst irgendwo. Ich erhob meine Augen gen Himmel und mein Verstand kam mir wieder. Und ich wurde zum Allmächtigen! Hilfe! Er muss gestoppt werden! Sofort! Manchmal bleiben die bedeutendsten Orte unbeachtet. Ausmallow Ausmallow Vielen Dank.